Falls ihr auch noch aus der Zeit kommt, als Bud Spencer und Terence Hill Kneipenschlägereien das Nonplusultra der modernen Kino-Unterhaltung waren, dann habe ich was für euch vielleicht. Und zwar Roadhouse. Ein Film wie eine Kneipenschlägerei. Nur haben wir inzwischen Bud Spencer und Terence Hill ersetzen müssen. Aus offensichtlichen Gründen. Und vielleicht ist euch auch John Wick ein bisschen jetzt schon zu langweilig geworden, weil er auf drei Stunden ununterbrochene Schießerei mit schützenden Anzügen, man nennt es ja auch Schutzanzüge, weil das jetzt auch nicht mehr so ganz in Mode gekommen ist. Und Taken 4 wollt ihr auch nicht mehr sehen. Deswegen empfehle ich euch jetzt Roadhouse. Weil ich behaupte jetzt, Jake Gyllenhaal wird die Ablösung für alle die genannten Charaktere sein in diesem Film. Und um was geht es? Eine mysteriöse Fremde, naja so mysteriös wird sie dann gar nicht mehr sein, bittet einen mysteriösen Fremden mit Kampferfahrung darum, ihre Kneipe, das Roadhouse, zu beschützen vor einer vakuumondierenden Gruppe, auch das erinnert an alte Western, die sie in Schutt und Asche legen, regelmäßig. Natürlich ist es ein Film, der sehr handgreiflich daherkommt. Und wie ich es schon angedeutet habe, ein Film, der mir sehr unerwartet Spaß gemacht hat, aufgrund teilweise natürlich der Charaktere und der Besetzung der Charaktere, die richtig gut in die Rollen passen. Also sowohl der gute Jake Gyllenhaal wie auch der böse, wie heißt er, Conor McGregor wird im Film Nox genannt. Das ist ein UFC-Kämpfer der Art irischer Mixed Martial Arts. Ich habe keine Ahnung, was ich hier ablese. Also jemand, dem man es glaubt. Und auch, was hier so ein bisschen schon aus der wie schon genannten Bud Spencer-Terence Hill-Welt abstammen könnte, diese Selbstsicherheit, diese erst einmal teilweise noch unironische Selbstsicherheit mit einer gewissen Arroganz, die sowohl von den Guten wie auch den Bösen zerschaugestellt wird, das ist ja genau das, was dann am besten funktioniert. In der Variante hier ist es halt auch mit einer gewissen spaßigen Hinterfurzigkeit kombiniert. Man könnte also sagen, wir haben den John Wickiano-Riffs-Regler runtergezogen in der Überlagerung, den Bud Spencer ausgeblendet und den Terence Hill-Regler etwas hochgezogen. Also in Szenen, die jetzt so ablaufen, dass er vor einer Schlägerei noch ganz gemütlich fragt, Sag einmal, was ist denn mit deiner Zähne? Sind die gut versichert? Wo ist denn das nächste Krankenhaus? Reicht uns das noch? Also vielleicht solltest du jetzt noch hier von dieser Schlägerei zurücktreten. Wäre jetzt eine geschickte Option für dich. Ja, wenn nicht, dann passiert halt was passiert. Und auch witzig, die Kommentare und die Dialoge, die dann eben mit den Kollegen von der Notaufnahme geführt werden. Ich habe hier wieder einen Haufen für euch. Wir haben ja eigentlich noch etwas Besseres zu tun, als deinen hier Schrott zu verarzten. Sie sagen es ein bisschen anders, ist aber wurscht. Warum funktioniert der Film? Direkt sagt, es ist ein archaisches Konzept. Mindestens zwei Mädels werden von einem Kerl aus der Not und der Bösartigkeit eines anderen Kerls gerettet. Viel mehr Testosteron werden wir jetzt heute nicht mehr kriegen. Der Film nimmt sich natürlich nicht ernst, das ist klar. Aber er kommt trotz szenenhaften Leichtigkeit dann doch immer wieder sehr brutal auf den Punch. Und die Sache wird dann auch wirklich sehr handgreiflich und manchmal dann auch etwas grafischer, wie man es dann so schön sagen könnte. Also man kann ihm jetzt nicht die Lächerlichkeit vorwerfen, die bei einigen anderen Kneipenschlägerei-Filmen hat ihm an den Tag gelegt. Das ist absolut nicht der Fall. Aber es ist völlig klar, dass das Ganze nicht ernst genommen werden soll. Und es macht halt einfach Spaß, die ganze Geschichte mal wieder zu gucken. Also Blödsinn ohne Frage. Visuell schön gemacht. Es ist wohl viel real gedreht, so sieht es für mich aus. Ein, zwei, drei CGI-Szenen sind ein bisschen schlampig. Eine Explosion und ein, zwei Brot-Szenen. Da könnte man sagen, ja, da habt ihr zum Glück schnelle Bildfolgen drin, damit es keinem auffällt. Aber so ein Film, der eigentlich ins Kino gehören sollte. Und es war wohl auch so geplant, dass er jetzt auf Amazon Prime veröffentlicht wurde. Da ist was schiefgelaufen, aber das war so der typische, ich sag mal, im Windschatten von Stirb langsam und so weiter. Ich würde es jetzt nicht wirklich vergleichen. Aber so der Actionfilm, den man sich an einem Freitagabend schön gemütlich hat im Kino reinziehen können mit etwas Popcorn. Man wird von vorne bis hinten gut befriedigt und die Sache passt. Nicht so intellektuell, weil da bin ich auch nicht so ein Fan davon. Nicht so viel Moral, einfache Probleme, einfache Lösungen, eins in die Fresse. Und ich sage euch aber nicht, wer am Ende wen und so weiter. Und ob nachher eben dann der einsame Reiter doch in den Sonnenuntergang reitet, werde ich euch jetzt nicht verraten. Schaut ihn euch an. Ich denke, es ist ein Film, der für die meisten ganz gut geeignet sein dürfte. Bis zum nächsten Film dann. Servus.